Nr. 16 Mario Hofer, Nr. 17 Benjamin Rott und mit der Nr. 22 Bernhard Sokolski. Spielstand 1 zu 0 für die Sportvereinigung Breitenau-Schwarzer durch ein Weitschuss. Spielstand 1 zu 0 für die Sportvereinigung Breitenau-Schwarzer. Spielstand 1 zu 0 für die Sportvereinigung Breitenau-Schwarzer. Spielstand 1 zu 0 für die Sportvereinigung Breitenau-Schwarzer. Spielstand 1 zu 3 JahrenATen. Spielstand 1 zu 0 für die Sportvereinigkeit Luigi Bruno Rott und mit der Sportvereinigung Breitenau-Schwarzer. Spielstand 1 zu 0 für die Sportvereinigung Breitenau-Schwarzer. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.